Hallo Fußballfreunde und herzlich willkommen auf Kick-Off zur Kaderanalyse von Hannover 96. Vor der Saison hat sich ja bei Hannover einiges geändert. Mit Stefan Leitl kam ein neuer Trainer. Man wollte vor allem mit jungen Spielern ganz behutsam eine Mannschaft aufbauen, die im besten Falle in der kommenden Saison um den Aufstieg mitspielen kann. Während einer wirklich guten Hinrunde hatte man ja durchaus schon die Hoffnung, vielleicht schon dieses Jahr mit, um die Top 3 der 2. Liga spielen zu können. Doch diese Hoffnung wurde durch einen sehr, sehr schwachen Rückrundenauftakt relativ schnell wieder zunichte gemacht. Aktuell ist Hannover Tabellenneunter mit 29 Punkten. Der Abstiegskampf ist weit weg, der Aufstiegskampf aber genauso. Und jetzt gilt es eben Richtung Top 7, Top 6 sich noch steigern zu können, um einfach eine gute Basis für die nächste Saison zu haben. Und genau dafür ist es natürlich auch wichtig, den Kader im Sommer nochmal zu verändern. Und dort blicken wir heute auf die Spieler, deren Verträge am Ende der Saison enden. Neun Spieler sind das, neun spannende Personalien. Und wir beantworten heute die Frage, wer verlässt Hannover am Ende der Saison ablösefrei? Starten wir rein mit dem Topscorer der vergangenen Saison, Sebastian Kerk. Denn in der Spielzeit 2021-22 kam er ja als Neuzugang auf starke 11 Tore und 5 Vorlagen in 34 Pflichtspielen. Und damit war der Zehner ein ganz, ganz wichtiger Spieler bei Hannover 96. In der aktuellen Saison hat sich aber an seiner Rolle ein bisschen was geändert. Zu Saisonbeginn hat er noch unter Stefan Leitl als neuen Trainer ein paar Chancen bekommen. Danach reicht es aber eigentlich nur noch zu Kurzeinsätzen oder sogar zu Kaderberufungen ohne Einsatz. Jetzt am letzten Wochenende gegen Magdeburg durfte Kerk mal wieder von Beginn an ran. Nach einer Stunde war Schluss. Seine Saisonbilanz ist bis hierhin 12 Spiele und damit auch nur ein Tor. Deswegen ist natürlich klar, dass sowohl Sebastian Kerk selber, aber auch Hannover 96 natürlich nicht zufrieden sind mit der aktuellen Spielzeit. Ich bin der Meinung, Sebastian Kerk mit seinen 28 Jahren ist ein unglaublich interessanter Spieler. Für viele, viele Zweitligisten, denen er auf jeden Fall weiterhelfen kann. Bei Hannover sehe ich ihn persönlich über den Sommer hinaus nicht mehr. Natürlich kann es jetzt sein, dass er sich wirklich nochmal zu einem wichtigen Spieler entwickelt im Laufe der nächsten Spiele. Wenn eben Leitl nochmal mehr umstellen sollte, weil es einfach aktuell nicht funktioniert. Das sehe ich persönlich aber irgendwie nicht. Ich glaube schon, dass Kerk 96 auch weiterhin helfen kann. Er ist für mich ein grundsolider bis sehr guter Zweitliga-Kicker, der auch einfach seine individuellen Qualitäten im Spielerischen hat. Aber ich denke mal auch, dass er selber im nächsten Sommer auf jeden Fall nochmal wechseln möchte. Und man auch bei Hannover 96 selber zu dem Entschluss kommt, dass das dann eben auch die beste Entscheidung für alle Beteiligten ist. Machen wir weiter mit Bayern-Leihgabe Bright Array MB. Der ist ja Ende des vergangenen Transferfensters im Sommer. Er ist zur Hannover 96 gekommen. Hat auch dadurch ein bisschen Anlaufzeit gebracht. Bis zum 13. Spieltag musste er sich ja gedulden, bis er in der Startelf stehen konnte. Bis zum Ende des Jahres hat er eben aber auch dann auch alle fünf Spiele über die volle Distanz bestritten. Zum Rückrundenstart gegen Lautern war er nur auf der Bank. Dann hat er wieder dreimal gespielt. Gegen Magdeburg fehlte er ja krankheitsbedingt. Sprich, Ryan B hat auf jeden Fall, als er die Chance bekommen hat, diese in der Hinrunde auch voll und ganz genutzt. Die Rückrunde ist bislang noch nicht optimal gelaufen. Trotzdem gibt es hier eine Kaufoption, die Hannover ziehen kann. Und die werden sie, glaube ich, auch auf jeden Fall ziehen. Denn man müsste für Ryan B knappe 500.000 Euro zahlen. Manche Medien sprechen sogar von etwas darunter, vielleicht 300.000 Euro. Und das ist für mich dann eine Summe, wo du auf jeden Fall zuschlagen musst. Denn der deutsche U19-Nationalspieler hat großes Potenzial. Hat eben auch vor allem mehrere Hinrunde gezeigt, dass Hannover jetzt schon helfen kann. Und deswegen musst du auch dann diese Summe investieren, um so einen jungen Spieler zu halten. Klar, in der Rückrunde lief es bislang auch bei Ryan B noch nicht so richtig rund. Aber gut, bei wem lief es das schon? Bei 96 muss man eben auch ehrlicherweise so sagen. Und wenn man dann eben auch eine Chance hat, so einen Spieler zu verpflichten, der vom Spielertyp auch gut zur Systematik von Leitl passt, dann sollte man das auch auf jeden Fall machen. Klar, in der IV hat jetzt eben auch mal Kreinz eine Chance bekommen. Neumann ist ja eigentlich ohnehin gesetzt. Börner gibt es auch noch. Aber trotzdem sollte man hier auf jeden Fall Bright or Ryan B am Ende der Saison auch fest verpflichten. Ein Spieler, um den es ruhig geworden ist, ist Gail Ondua. Wobei am gestrigen Tage gab es ja von ihm einige spannende Aussagen, was denn eigentlich aktuell so los ist mit Gail Ondua und Hannover 96. Denn in der vergangenen Saison war der 27-Jährige noch komplett gesetzt im Mittelfeld, war damit seine Erfahrung ein wichtiger Faktor. Aktuelle Spielzeit, gerade mal zwei Einsätze, einmal in der Startelf. Und ansonsten war das halt nicht wirklich was. Ondua und Hannover, auf einmal funktioniert es so gar nicht mehr. Bei der WM war er sogar auch dabei als Nationalspieler des Kameruns. Und seitdem hat sich ja noch mal erst recht was geändert. Denn Ondua wurde vorübergehend vom Trainingsbetrieb der Profis ausgeschlossen. Das wurde ihm wohl von einem Videoanalysten mitgeteilt. Und gegenüber der Bild hat er auch noch mal gesagt, dass er heulen könnte und gar nicht weiß, was er sagen soll, weil er den Klub an sich liebt. Und er hofft, oder er hatte zumindest gehofft, noch mal eine Chance zu bekommen. Aber trotzdem ist es ganz klar geregelt, laut Stefan Leitl, dass es erstmal keine Optionen gibt, dass er jetzt am Wochenende spielt. Und es ist wohl auch schon seit sechs Monaten alles ganz klar und offen mit Spieler und Beratern kommuniziert, wie man mit ihm plant. Und diesen Weg wird man in Hannover auf jeden Fall konsequent weitergehen. Das sind dann, finde ich, schon ordentliche Aussagen von Stefan Leitl, weil man eben noch nicht so richtig gehört hat, was denn jetzt eigentlich wirklich konkret passiert ist zwischen Ondua und 96. Aber laut der Bild wurde der Mittelfeldspieler schon zu Beginn des Jahres in die Reserve versetzt. Aufgrund einer vermeintlichen Verletzung habe er allerdings dort noch nicht am Training teilnehmen können. Unabhängig der ganzen Geschichte, der ganzen Nebengeräusche ist aber natürlich auch damit eine Sache klar. Ondua wird Hannover 96 am Ende der Saison verlassen. Alles andere wäre natürlich eine ganz komische und skurrile Geschichte. Das Kapitel wird mit einem komischen zweiten Jahr dann eben auch zu Ende gehen. Ein Kapitel, was höchstwahrscheinlich nicht zu Ende gehen wird, ist das zwischen Ron-Robert Zieler und Hannover 96. Eine Geschichte, die ja sehr steil und erfolgreich begann. Zieler ist ja bei 96 damals zum Nationalspieler gereift. Über Leicester und Stuttgart ist er dann zurückgekehrt. Zwischendurch Stammplatz verloren, Ausleihe zu Köln. Stammplatz zurückgeholt und mittlerweile Kapitän der Mannschaft. Es ist schon eine wahnsinnige Karriere von Ron-Robert Zieler, die er bislang hinter sich hat. Eben vor allen Dingen auch mit Hannover, was da so immer und immer wieder passiert ist. Mittlerweile ist natürlich auch klar, er ist und bleibt ein ganz wichtiger Faktor dieser Mannschaft. In seinen 22 Zweitligaspielen hat er ja auch starke siebenmal die Null gehalten. Auch wenn es bei 96 gar nicht ganz so gut läuft, ist Ron-Robert Zieler für mich da auf jeden Fall das kleinste Problem. Bei ihm gibt es auch eine Vertragsklausel, die seinen Vertrag automatisch verlängern wird. Und das lautet wohl, macht Ron-Robert Zieler 25 Spiele für Hannover, dann bleibt er dort und sein Vertrag verlängert sich automatisch bis 2024. Aktuell steht Zieler bei 22 Zweitligaspielen. Im Pokal hat er nicht gespielt, sprich ihm fehlen noch drei Zweitligaspiele, um eben dann auch seinen Vertrag automatisch verlängern zu lassen. Ich bin mir sicher, dass er diese Einsatzzahl auf jeden Fall hinbekommt. Und selbst wenn er sich jetzt irgendwie schwerwiegend verletzen sollte, dass er gar nicht mehr spielen kann, bin ich mir auch sicher, dass alle Parteien den Vertrag ohnehin verlängern wollen. Ron-Robert Zieler und Hannover 96, das werden wir auch nächste Saison noch zusammen sehen. Eine ähnliche Vertragsklausel gibt es auch bei Julian Börner. Aber da könnte es vielleicht auch nochmal eine Entwicklung geben, die man vor ein paar Wochen noch nicht zwingend hat sehen können. Börner ist ja ein sehr erfahrener Innenverteidiger. 32 Jahre alt, kennt den deutschen Fußball, vor allem auch durch Arminia Bielefeld, natürlich in- und auswendig. Und spielt er mittlerweile sein zweites Jahr bei 96. In der Hinrunde war er ja auch noch klar gesetzt, auch in der Rückrunde zum Start. Aber auch Stefan Leitl selber hat gesagt, es ist auf jeden Fall ganz gut, ihm eine Pause zu geben, weil sich da zuletzt ein paar Fehler eingeschlichen haben. Und top fehlte er auch jetzt im vergangenen Spiel aufgrund einer Verletzung, die er sich eben dann zugezogen hat gegen Regensburg. Musste er auf die Bank, eben aufgrund der Form zuvor und nach Abpfiff des Spiels, hat er sich dann am linken hinteren Oberschenkel verletzt. Das ist eine Muskelverletzung, wodurch er eben auch gegen Magdeburg nicht spielen konnte. Eigentlich war die Klärung seiner Zukunft auch nur noch Formsache. Denn Börner muss wohl 22 Mal in der Startelf stehen, damit sie auch seinen Vertrag automatisch um ein weiteres Jahr verlängert. Vor dem Regensburg-Spiel waren es schon 19 Einsätze, sprich es fehlten nur noch drei. Aber die Verletzungen und eben auch der Bankplatz zuvor machen zumindest mal die automatische Vertragsverlängerung mal unsicher. Natürlich noch nicht mehr, nicht weniger. Es müsste schon sehr, sehr viel passieren, dass ein Vertrag dann doch nicht verlängert wird. Aber gegen Magdeburg haben ja Neumann und Kreinz in der Innenverteidigung gespielt. Und vor allem auch Kreinz hat ja nach dem Regensburg-Spiel ja auch durchaus Lob bekommen für seine Leistungen. Und wir hatten ja vorhin auch schon Bright Ryan B. Auch der drängt natürlich zurück in die Startelf. Generell ist für mich auch Julian Börner eigentlich nicht der perfekte Spielertyp für das System von Stefan Leitl. Ich finde, da passt einfach ein Neumann, ein Kreinz, ein Ryan B nochmal besser rein. Etwas offensiv, mutiger, was das Gegenpressing angeht, was das Vorwärtsverteidigung angeht. Auch ein bisschen mehr Tempo. Deswegen finde ich ohnehin, dass Börner eigentlich nicht ganz so zur Fußballart und Weise passt. Aber wenn wir eben dann darüber sprechen, dass er ja nur noch drei weitere Startelf-Einsätze braucht, bin ich mir wiederum schon sicher, dass er diese auch noch bekommen wird im Laufe der Rückrunde. Und sich somit seinen Vertrag auch automatisch am Ende dann eben doch verlängern wird. Um einen Spieler ist es auch recht ruhig geworden. Und das ist Tim Walbrecht. Der hat ja in der vergangenen Zweitligasaison für Hannover's Profi-Team debütiert. Da wurde dann auch gesagt, ja, er hat durchaus die Chance genutzt, Bewährungsprobe bestanden. Ja, aber unter Stefan Leitl spielt der 21-Jährige gar keine Rolle. In der Regionalliga Nord hat er für die zweite Mannschaft ein paar Spiele gemacht. In der zweiten Liga keine einzige Sekunde auf dem Platz gestanden. Und das ist natürlich für so einen jungen Spieler alles andere als optimal. Zum letzten Mal im Kader war er in der Hinrunde gegen Magdeburg. Das war am 19. August. Deswegen bin ich mir auch sicher, wird Tim Walbrecht im Sommer weiterziehen. Möglicherweise zu einem Drittligisten wechseln. Da würde ich ihn als Zwischenstep dann auch durchaus sehen. Ich glaube nicht, dass er in Hannover nochmal wirklich angreifen wird. Ein weiterer interessanter Spieler, der jetzt nicht zwingend Stammspieler ist, ist Yannick Dehm. Und über den diskutieren wir nun mal jetzt. Auch er kam im Sommer 2021 zu Hannover 96. Damals sehr ablösefrei von Holstein Kiel, wo er eigentlich auch komplett gesetzt war. Ich fand damals schon, hat sich dem glaube ich ein bisschen verkalkuliert mit seinem Abgang aus Kiel. Bei 96 war er in der vergangenen Saison schon der Ersatz für Samu Roja. Und daran hat sich auch in der aktuellen Spielzeit nichts geändert. Gut, wundern tut es mich persönlich jetzt auch nicht, weil es einfach Samu Roja auch in Summe richtig gut macht. Und auch nochmal seinen Vertrag verlängert hat. Sprich, für den hat sich die Perspektive auch langfristig gesehen nicht wirklich geändert. Der 26-Jährige ist natürlich ein guter Ersatz. Weil wenn du ihn reinschmeißt, ergibt er alles. Ist er da, kann auf beiden Seiten verteidigen. Auch im System mit Dreierkette durchaus funktionieren. Hat ja auch dort dann oftmals den rechten IV gegeben. Aber trotzdem bin ich jeder Meinung, sollten beide Seiten für sich einsehen, dass man sich im Sommer voneinander trennt. Denn dem hat eben die Qualität, und das hat er auch schon vor allem auch bei Kiel gezeigt, dass er in der 2. Liga Stammspieler sein kann. Und für Hannover gibt es sicherlich nochmal andere Optionen auf dem Transfermarkt. Wodurch man die Position des rechten Verteidigers auch nochmal mit einem anderen Spielertypen neben Roja aufstellen kann. Ich glaube, das wäre für beide Seiten dann auch am Ende die richtige Entscheidung. Eine richtige Entscheidung über die Zukunft gibt es bei Henrik Weidand bislang noch nicht. Es könnte aber durchaus sein, dass er im nächsten Sommer zum ersten Mal ein weiteres Team neben Hannover 96 im Profifußball für sich finden wird. Denn er war ja damals in der Bundesliga in der Saison 18, 19 der Spieler, der auf einmal überraschend da war, Tore erzielt hat für 96 und zum, ja, schon auch Lichtblick wurde. Mittlerweile ist davon nicht mehr ganz so viel übrig geblieben. Klar, Henrik Weidand ist immer noch ein wichtiger Spieler oder zumindest mal kein unwichtiger Spieler, weil er ja auch nahezu unter Leitl in jedem Spiel spielt. Meistens als Joker zwischendurch hat er auch mal eine Phase gehabt am Ende der Hinrunde, wo er ein paar Spiele hintereinander in der Startelf stand, auch ein Tor erzielt und dann es vorbereitet hat. Jetzt in der Rückrunde waren es dann wieder eher die Joker-Einsätze. Natürlich zeigt das aber auch, dass ja Leitl gar nicht mal abgeneigt ist, Henrik Weidand einzusetzen und der wiederum hat dann nochmal gesagt, dass er sehr, sehr ruhig und sehr bedacht ist, was das Thema auslaufender Vertrag angeht. Denn er selber möchte sich erstmal auf das Sportliche konzentrieren. Er meint eben auch, dass das auch wichtig ist fürs Team, sich erstmal darauf zu konzentrieren und in mittelfristiger Zukunft wird es dann eben auch wohl einen guten Zeitpunkt geben, Entscheidungen zu treffen. Aber Stand jetzt wird sich da auf jeden Fall erstmal nichts ergeben. Deswegen ist für mich auch die Zukunft von Henrik Weidand mehr als offen. Wie gesagt, als Backup, als klassischen Neuner mit seinen 1,95 Meter kannst du ihn meiner Meinung nach auch in der zweiten Liga immer und immer mal wieder reinschmeißen. Wenn es genau dafür dann einen guten Vertrag gibt, der auch dann nicht zu teuer ist, dann kann man das sicherlich schon mal machen mit Henrik Weidand. Vielleicht wippern sie aber auch im Sturm neben Teuchert und Tresol, die nochmal neu aufstellen wollen. Auch das wäre für mich eine Option, die nicht komplett verwerflich wäre. Schwierig einzuschätzen, wie man sich hier am Ende bei Henrik Weidand entscheiden wird. Letzte Personalie und das ist Maximilian Bayer. Der ist ja in seinem zweiten Jahr von der TSG Hoffenheim ausgeliehen. In der ersten Saison lief es ja richtig gut. Da hat man auch gesehen, ja, Bayer bringt auf jeden Fall Potenzial für mehr mit. In seinem zweiten Jahr bei 96 tut sich der 20-Jährige ein Ticken schwerer. Denn, wenn man mal schaut, wie er letzte Saison performt hat, waren das am Ende 34 Pflichtspiele, 8 Tore und 7 Vorlagen. Da war jetzt auch noch ein Tor bei von Hoffenheims Zweiter, aber auch bei Hannover waren die Quoten auf jeden Fall richtig, richtig gut. Jetzt in seinem zweiten Jahr kommt er in der zweiten Liga immerhin auf 4 Tore in 21 Spielen. Vor der Saison habe ich ja auch gesagt, meiner Meinung nach ist eigentlich Stefan Leitl genau der richtige Coach, um Bayer nochmal weiter nach vorne zu bringen, weil er einfach auf eine Doppelspitze setzt und für mich Bayer dort seine Paradeposition hat. Zudem auch eigentlich die Art und Weise von Leitls Fußballspiel perfekt zu Bayers Qualitäten passten müssen. Natürlich kann man jetzt sagen, für einen 20-Jährigen sind Formschrankungen vollkommen normal. Das ist ja auch so und 4 Tore in 21 Spielen ist immer noch vollkommen gut und zufriedenstellend. Aber ich glaube schon, dass alle so ein bisschen das Gefühl hatten, es könnte auch schon nochmal mehr gehen. Deswegen bin ich mir aktuell zumindest sicher, dass Bayer im Sommer erstmal zurückkehren wird zur TSG Hoffenheim und man dann entscheiden wird, wie es weitergeht. Ich bin nämlich der Meinung, Bayer würde es gut tun, nochmal woanders hinzuziehen. Woanders in der 2. Liga vielleicht sogar zu agieren oder bei einem etwas schwächeren Bundesligisten. Ich glaube für seine Entwicklung wäre die 2. Liga durchaus die richtige, aber vielleicht nochmal in einem anderen Umfeld, um einfach nochmal was anderes zu machen. Andere Qualitäten von ihm vielleicht auch auszuspielen mit einer anderen Taktik. Kann ich mir irgendwie vorstellen, dass das ihm ganz gut tun würde und sich Hannover auch damit dann im Sturm, im Angriffsspiel nochmal anders aufstellen wird. Kommen wir somit nochmal zur Übersicht. Wer bleibt, wer geht, verbleibt, ja oder nein. Ein klares grünes Häkchen pro Verbleib habe ich auf jeden Fall mal bei YMB, Zieler und Burner gemacht. Bei YMB haben wir eine Kaufoption, die durchaus in Ordnung geht und die ich auf jeden Fall auch vollkommen akzeptabel finde, würde ich auf jeden Fall ziehen. Bei Zieler und Burner gibt es klare Vertragsklauseln und die werden glaube ich auch am Ende zum Tragen kommen. Bei Zieler vollkommen richtig so, bei Burner bin ich mir nicht ganz so sicher, ob das wirklich ganz die richtige Zukunftsperspektive für alle Beteiligten ist. Etwas fraglich ist es für mich noch bei Hendrik Weidand, schwierige Sache. Wenn man mit ihm verlängert, könnte ich es verstehen, wenn man nicht verlängert, könnte ich es aber wiederum auch verstehen. Und dann kommen wir zu den Abgängen, da ist für mich Ondua und Walbrecht auf jeden Fall klar. Kerk und Dem sind für 96 gute Rotationsspieler, haben für mich aber auch durchaus die Qualität, bei anderen Zweitligisten mehr zu spielen. Ich glaube, das wissen auch beide und deswegen werden beide weiterziehen. Bei Maximilian Bayer wie angerissen wäre es für ihn sicherlich gut, auch in der zweiten Liga zu bleiben, um einfach seine Entwicklung weiterhin voranzuschreiten. Aber das sehe ich vom Gefühl her irgendwie bei einer anderen Mannschaft und vertraglich gesehen gehört er ja eh ab dem 1.7. wieder Hoffenheim. Hier gibt es ja nicht irgendwie eine Kaufoption oder sonst was. Und jetzt könnt ihr mal gerne abschließend eure Meinung in die Kommentare schreiben, welchen Vertrag würdet ihr verlängern, wen würdet ihr behalten, wen würdet ihr abgeben und schreibt auch mal gerne weitere Vereine für dieses Format in die Kommentare. Und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Macht es gut, ciao und bleibt am Ball. Und dann sehen wir uns im nächsten Video.